Warnung! Dieses Let's Play ist für Zuschauer und Gamer unter 18 Jahren nicht geeignet. Trotzdem wünschen wir euch weiterhin viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier bei der Outlast 2 Demo. Ich dachte mir mal, ich begebe mich in ein gruseliges Let's Play extra als Halloween-Special. Ja, ich bin alleine und ja, ich habe Angst. Ich lege los. Ihr könnt ja selber lesen. Ich denke, es ist so nett, es ist so nett. Das ist toll. Was ist denn? Ich will ihn nicht. Leute, ich hab voll Agi. Oh Gott! Der Controller vibriert. Meine Brille! Ich will nix sehen. Ich will einfach verschwommen durch... Da ist sie. Sitze hier auch. Wohl auch nicht. Ich will sowieso nix sehen. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ach, ne Kamera! Die ist zufällig heile geblieben. Jawoll! Ich schwöre, ich hab richtig Angst. Ich durchlaufe das Spiel einfach richtig schnell. Ich guck mir gar nichts an. Scheiße, leck mich am Arsch. Lynn! 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 Was ist das für ein fucking Licht? Achso. Ja, da bin ich mal eben runtergefallen. Scheiße, Leute. Ja, ich brauch erstmal ne Einführung, weil ich bin sowieso nicht so gut in Steier. Scheiße! Ich glaub, da wollen wir nicht rein, oder? Nee, wir gehen mal weiter. Was ist das für ein scheiß fucking Licht? Das ist übrigens nur die Demo. Das heißt nicht, dass ich das Spiel spielen werde. Ist das meine Schritte? Ja. Oh man, ich kann das nicht. Ich kann nicht, so Janik. Ich kann nichtó Ich kann mich auch den Weg dazieren. Malen. 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 Leute, ich hab solche Angst. Da hinten ist ein Rabe, oder? Ja. Also. Also... Scheiße. Redet hier mehr? Alter. Alter. Alter! Oh, Rundsohn! Oh, Scheiße, Rundsohn! Oh, Scheiße, Rundsohn! Ne Leute, ich schwöre, da geh ich nicht hin. Ah ah. Nein, ich will da nicht hingehen. Äh, ne. Wer hat die Tür zugemacht? Wer hat die fucking Tür zugemacht? Verpisst euch alle. Soll ich mal Hallo sagen geben? Ich will nicht klopfen. Besser ist es. Kann ich mich hier drin verstecken. Alter, ich trau mich jetzt gar nicht wieder raus zu gehen, ne Leute? Sieht ganz gut aus, oder? Ich kann hier nicht lang gehen, weil ich weiß, dass da weh ist. Ach so, das war's, Alter. Scheiße, wie macht man nochmal Nachtsicht an? Ach so, ja. Verpisst euch. Wo soll ich denn lang? Scheiße. Hurensohn. Ich hab dich gesehen, Alter. Ja. Wer ist er denn? Jungen, wer ist er denn? Ähm. 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 Alter. Leck mich am Arsch. Du Ficker. Alter. Herzenfack. Hä? Hat er nicht... Was stand da? Hallo. Okay. Ich hab vergessen, wie man da reingeht. Nein. Da stand doch mit X. Bin doch nicht blöd. Jo. Probier's ganz kurz. Scheiße. Wie kann ich da rein? Wie kann ich da rein? Leute. Hilfe. Boah. Ich dachte schon, da steht wer. Wie komm ich da rein? Ich weiß es nicht. Kann man das irgendwo nachgucken? Tut mir leid. Ich muss es nachgucken. Ich muss es nachgucken. Hilft mir nicht. Was ist das? Was ist das? Was war das? Ups. Okay. War das da vorher schon? Ich weiß es nicht mehr. Tja Leute. Alter. Hatte... Gar nicht grubelig. Also im Sneaken bin ich ja... Heinz auch. Verpiss dich, Mann. Ich geh da nicht raus. Was ist das? Okay. Okay, ich verpiss mich wieder. Keine Batterie. Ich will da nicht raus. Ich krieg mein Herzinfarkt. Das ist mein Schatten, Alter. Halt's Maul. Boah, ich will nicht... Ne. Ich krieg ein zu viel. Boah, ich hasse die Musik. Also eigentlich macht er nur die Musik. Das ist alles gruselig. Wir singen... La 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 la. La 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 la. Was'n' das? La la la. Ich brauch die Kamera. Ach du Scheiße. Leck mich am Arsch. La 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 la. La la. Leck mich am Arsch. Ich will nach Hause. Geh einfach. Geh einfach schnell da durch. Hilfe. Warum? Ich will da nicht runter. Halt's Maul. Halt's Maul. Nö. Ich brach das Spiel auf. Verpiss dich, Alter. Was mach ich denn jetzt, wenn mir die Batterie ausgeht? Ich mach mich auch am Arsch. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Ich lass dich gleich häppen. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Ja, das merk ich auch. Was sagt sie? Verpiss dich, Alter. Meine Fresse. Er kriecht da raus. Besser ist es. Im Klassenzimmer. Ja. Hab ich auch immer unter der Erde. Alter, halt's Maul. Bitte nicht lachen. Batteries. Ja. Frag mich mal. Oh. Oh. Verpiss dich mit der Musik. Give it. Give it to me. Kann ich da rein? Kann ich bestimmt. Ja, Leute. Rechts oder links. Ich will nicht. Ich finde, das ist hier so safe. Ich sollte den Raum nicht verlassen. Bitte. Rechts. Oder links. Hört ihr das? Ich gehe nicht. Ich bewege nur meinen Kopf. Achso, er dreht sich wahrscheinlich nicht. Scheiße. Ich denke mal, eine Seite geht nicht auf. Huren so leider. Ja. Boah, ich kann, ich kann nicht. So. Ich habe mir Yannick dazu geholt. Hallo. Hallo. Und jetzt kann ich die Tür öffnen. Und weil ich schon so viel Spaß hatte, gebe ich einfach mal den Controller Yannick ab. Ich kann zwar kein Englisch, aber das wird schon. Ich bin dafür da. Jetzt muss mir zum ersten Mal Andi erklären, wie die Steuerung geht. Also. Jetzt zappen du. Achso. R1, Kamera aufmachen. Also Kamera eingucken. Dann R3 drücken, ist Nachtsicht. Ist schon an. Nein? Drück mal. Ja. Okay. Ja. Ähm. Mit den anderen Falthaften zoomen. Ja, das war es ja schon. Was du wissen musst. Das war es. Achso, mit Dreieck nachladen. Also die Batterie. Ja. Zwei von acht ist ja nicht viel, ne? Ja. Dann würde ich die mal nicht so viel einsetzen. Oh, wir müssen nach da. Hier ist die andere. Oh, die leckt mich am Arsch. Wir gehen einfach im Dunkeln durch. Das ist doch auch mal ein Spaß. Oh, fuck. Denk dran, wir haben nicht so viel Batterie. Alter, was war das? Oh, da ging die Tür auf. Hm. Guck da nicht rein. Guck da nicht rein. Mach's nicht auf. Warum? Weiß ich nicht. Ich muss das aufmachen. Warum? Oh. 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 Ja, la, 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 la. La, 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 la. So, das war es. Oh, niemanden. Alter. Ich hasse Horschläge. Danke, dass du mich dafür eingeladen hast. Bill. Danke. Darfst du hier. Alter. Ich ging auch auf die Tür. Ja. Lach dir auf. Ich weiß nicht. Schnell. Lass mich durch. Guck. Dreh ich bloß nicht um. Warte. Wo muss ich hin? Da vorne war doch noch so eine extra Tür, oder? Hier? Ja. Ja. Guck mal durch erst. Schnell. Ja. Ah! 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 Leck mich auf den Arsch. Leck mich auf den Arsch. Ich will nicht mehr. Wir müssen es durchziehen. Ich will nicht mehr. Es ist nicht durch. Vielleicht jetzt die andere Tür. Aufgeschlossen. Dann zum anderen. Scheiße. Mach aus. Geh zum Klassenzimmer zurück. Da liegt ne Batterie. Hier vielleicht durch? Ja. Geh zum Klassenzimmer. Andere Seite. Scheiße. Mein Herz brummt immer noch. Andere Seite. Hä? Scheiße. Ich hab keine Lust mehr, ne? Das Horch will scheiße. Hier kommen wir nicht durch. Und die Seite? Haben wir nicht probiert. Hier sind keine Türgriffe. Hä? Was übersehen wir denn? Hä? Was ist denn das, Alter? Such nach Batterien. Puh. Ich hasse Klassenzimmer. Halt's Maul. Nein, das ist nicht Jessica. Ich glaub du brauchst grad keine Nachtsicht. Wie macht man Nachtsicht nochmal weg? Wieder mit R3. Guck mal kurz zurück. Ne, noch Batterien da sind irgendwo. Nein. Ich will nicht. Geh doch nicht ein. Wir machen die Türen locker zu. Das ist doch echt fuck. Ich guck nicht hin. Du musst glaub ich da hoch. Geh weg du alter Hausmeister. Auf einmal bin ich wieder woanders, ne? Ja. Lauf. Weg. Lauf. Ran, ran, ran. Ran. Wie rennt man? Mit R3 drücken. Ähm. Äh. Ne. Links. Los. Lauf. Äh. Es muss gehen ganz nach vorne. Gut. Okay. Unsere Demos vorbei. Ich musste... Ich hab grad versucht hier die Kamera einzustellen, damit ich ein bisschen Lichter habe. Lauf. 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 R1. Lauf jetzt. Los. Lauf jetzt. Lauf jetzt. Einfach auf irgendwo hin? Ja. Lauf. Die Lichter weg. Von den Lichtern weg. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Wir sind tot. Wenn wir noch einmal sterben, hören wir auf. Los. Na. Du kannst noch schneller laufen. Wir rennen nur so scheiße. Du kannst noch schneller laufen. Ich trink doch schon. Hä? Wir sind so fast im Tod. Ich will nicht, dass dieses Vieh kommt. Lauf dir mal weiter. Ich seh nichts. Toll. Die auch nicht. Nicht da lang. Darüber? Kannst du hier drüber? Ja. Wie lange? Keine Ahnung. Ja. Okay. Da sieht man gar nicht, wo lang man laufen soll. Ich hätte nur noch schneller laufen können. Ja. Ich habe die ganze Zeit gedrückt. Egal. Ja. Weg. Weg von den Lichtern. Ja man. Oh nein. Oh scheiße. Nein. Wer ist die denn? leckt mich am Arsch. Das war unsere Version von der Outlast 2 Demo. Ich hoffe, ihr habt euch genauso erschreckt, damit ich nicht die Einzige bin. Und danke fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Ich spiele nie wieder ein Horrorspiel. Bis dann. Eure Andi. Tschüss. Hm. Tschüss. Gcial zu unterteilen 입니다 cur crop. Jäunton. Mannitz. Fertig amour getting vị帆. USChap. Bis zum nächsten Mal.